herzlich willkommen hier auf meinem kanal hierbei holi lohn und willkommen zurück zu rocket league 3 vs 3 der alpha hat sich sein auto ein bisschen verschandelt ich weiß nicht mir gefällt es nicht aber erst mal hallo alpha und hallo tungs und grüße also noch kurz bevor ich vergesse leiten kommentieren abonnieren in die video beschreibung schaum am tisch account folgen und natürlich könnt ihr auf kanal mitglied werden dann könnt ihr meine videos ein bis zwei stunden eher sehen für alle kanal mitglieder keine bestimmten und ihr könnt auch mal creator code eingeben holi lohn unterstützt ihr mich ein bisschen vielen dank ich ja genau und zwar wollte ich nicht nur den zuschauern sondern sondern euch beiden mal was zeigen denn wir sind beim season-übergang so einige sachen aufgefallen sich in dem spiel noch verändert haben schlechten server mal absieht und zwar sind mir nämlich einige bugs an den an einigen reifen aufgefallen und zwar folgendes hier ihr seht ihr jetzt zum beispiel die reifen gab es ja mal vor einigen season 2 den turnierbelohnung ja richtig richtig das sind jetzt die cobalt blauen fröhlichen sonnenstrahlen ja so das ist die heilige version davon richtig bis hier noch alles in ordnung sobald haben wir jetzt geht jetzt seht euch mal das an was das ja welche farbe ist das orange ach du je und das ist und das ist nicht nur bei der einzigen farbe das ist auch hier ein grau der fall bei allen strahlenden aber als heiligen version bei allen heiligen version die eine farbe richtig hässlich das ist ja was denn da los also das war doch schon mal wie mit den aufkleber wachsen wo dann einfach nur das auto komplett weiß war ja richtig richtig aber das sieht ja nicht gut aus vor allen dingen das ist nicht die einzige reichen art bei der das war ok fslb die fslb reifen die sehen jetzt mittlerweile so aus und die sind auch ein bisschen verschoben vom verpackt die sind die 8 was das ist das ist hier bei sämtlichen reifen die eine farbe haben ich glaube ich in tv sieht man das noch ein bisschen besser auf dem marz glaube ich eher verkauft so wie die server aktuell laufen ich habe ich habe aber eine frage an euch ich hätte hier noch in der herausforderung müsste ich noch zwei eiszeit spiele spielen habt ihr darauf lust aber man normal spielen können wir machen können wir machen dann könnten wir weiß ich nicht ob der traurig drei wenn du ja so wir dann heute nur komplett eiszeit machen ja dann würde ich sagen wenn ihr bock drauf habt ich müsste die ja noch mal rein ja gut dann machen wir das ich will mich ja nicht jetzt hier wenn ihr sagt kein lust und das macht aber ok leute sind euch vielleicht noch ein paar bugs aufgefallen gerne mal in die kommentare also aber die reifen die sternreifen die sind ja ich kacke aus ich habe auch keine ahnung was sie da verkackt haben ja alles damit das so aussieht gut ich meine verkackten tun sie ja schon eine ganze menge aber das ist jetzt ja noch mal der gipfel im moment ist echt von 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 season zu season wird werden die server schlechter und schuldig also irgendwie hat das auch grafisch dass das geht eigentlich würde ich sagen aber es ist manchmal manchmal sehr pixel ich auch tatsächlich ich weiß nicht ich habe auch nicht die gute zusammenarbeit ja nur in die falsche richtung aber das ja weiß ich nicht dass wir den so hat hätte ich es nicht gedacht okay das war gut ja guck mal er kommt hatte ich hier hoch und geht aber nicht ganz alleine ja einfach mach das schon der hat ja gerade schon mal so gut geklappt ja ja ganz entspannt ja ich weiß gar nicht ob ich den poko schon mal berührt habe ich glaube nicht ich habe mir aber er kommt erst noch heiß nicht mehr heiß aber er wollte den bischen diese knase hast du schon mal zu schnell okay aber so kriegt man den von oben auf so geht er gut zu wissen und zu wissen probiere so was möchte beim gegnerischen tor ja versuche ich ja jetzt gleich nach so wieder kein bus spiel darüber hat ihn aber schlecht noch ein bug bei rocket league der bus viel schneller zu ende als sonst ja bestimmt kann er nur richtig und jetzt aber wie ja komm ja komm schade ja schade warte 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 aber nicht an ja da habe ich noch ein bisschen aber der ist genau seitlich reingeflogen das tor richtig schön gut dass er sich da noch mal ein bisschen so gedreht hat damit auch genau zwischen dem pfosten reinpasst da kommt noch mal fies wir schon trägt ihm vor die nase bei blog wir dran genau da rein und die leute schön auflaufen lassen innen die minna der muss habe ich habe ich habe ich die info zu spät gekriegt also ich bin auch vorne vielleicht wenn ihr noch ein schuss nach vorne hinkriegt oder so und wie auch die nille weg der man tut was man kann ja das müssen doch eigentlich alpha sein modus hier seine ist ja auch um wie für dich und wie für dich eigentlich musst du nur wissen wie du den puck richtig treffen verdammt ich habe kein boost mit mich im boost hätte ich ihn noch gemacht ärgerlich du hast das spiel verlassen also das stand bei mir gerade meinen neuen spieler bei einer gar nicht sehen weil er kein toll geschossen hast ja richtig erinnert man das jetzt oder spieler banner seit dem letzten turnier ich habe schwarz bild ich hasse dieses spiel bei mir steht verbindung unterbrochen geile sache anscheinend hast du auch zu sehen an ranglistenspiel lassen ja was ist denn das willkommen ich habe das spiel bei den scheiß bahn weil das spiel nicht läuft bei euch leute hier läuft immer der beitritt läuft ja hier steht auch ein gold sogar mir steht gar nix also ich habe schwarz also bei mir steht oben links rocket league nicht wahr und der ladevorgang und verbindung unterbrochen du hast ein spannend nein habe ich nicht ich habe nicht das ranglistenspiel verlassen ja verstanden das spiel ist zu ende jetzt komme ich rein da stand das spiel ist zu ende was ist denn mit dem spiel ich lass das alles drin mehr verloren ich lass das alles drin ich sag euch das wie es ist ich hätte so gefeiert wenn der reingegangen wäre ich hätte so gefeiert wenn der reingegangen wäre ich glaube ich habe mich noch eingeschubst das gucke ich mir noch mal wäre es nicht reingekommen ja wahrscheinlich und ja ein bisschen weit da kann ich nichts mehr machen ich habe mich berührt und schade ja da kommt man muss man muss oder muss es nicht gespawnt da fabriziert ja ich weiß neun von zehn leuten so durch holi molly drauf du bist du bist so unentspannt wasser los also ohne witz ohne witz mein dominus hat in der mitte einfach ein haarflip gemacht ohne dass ich was gemacht habe jetzt geht das spiel hier völlig durch weil es verständlich selbstständig ist auch noch die autos schön ich wollte eigentlich noch machen aber das einfach gesprungen die die der clown so einfach kannst gehen richtig nein der feld runter aber aber ja ist ok ich geh nicht ich geh nicht ich geh nicht ich geh nicht oh gott oh nein der geht nicht ne geht auch nicht vorsicht schön ja ich bin ganz blöd berührt aber ich versuche nochmal den irgendwie in die mitte zu kriegen ja wenn oh sorry ja hab ich ist der mir einfach immer in die fahrtrichtung gefahren oh gott ne einfach ja ok schade das wäre ein wunderschönes toll geworden oh was ein block ja bin richtig ich werde einfach durch den gegner durch ja der geht ein bisschen zu weit hab ich hab ich hab ich ja nochmal komisch schön ich bin grad nicht brauche hab ich ihn gebammt ja schön easy schöner bamm alpha sehr gut so einfach kann eiszeit sein ja alpha ist hier unser bammkönig ja beide gebammt sogar er knüppelt alle weg hopp ja 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 genau so sogar mit der ansage ich schieb dir doch mal hier der war gut guck was hast du mein banner ein flutsche eis das flutsche eis leila oh ich hab gleich auch noch lust drauf ich trinke jetzt mal ein glas wein und dann esse ich ein eis oh oh ha er hat es dir noch vor hier ja ich weine dann hast du ein weineis ne stunde eigentlich muss zwei fliegen mit einer klappe schlagen ne aber ich will ja vanille vanille ja dann musst du vanille mit rotwein könnte es eine neue geschmackskreation ich weiß nicht ja schöner bamm kommst du noch hinterher ja ja wie war man wie spricht die vanille aus es gibt ja leute die sagen vanille oder vanille wie spricht vanille weil es gibt ja leute die sagen vanille ja was sagt der grammatik profi dazu der ist gerad gestimmt der hat uns nicht schade wir fragen gleich mal den chance wie es richtig ist aber ihr könnt ihr auch gerne mal die kommentare sorry in die kommentare schreiben was sagt ihr vanille oder vanille und dann gibt sie ganz wilden die typen die sagen ich denke mal das haben wir aber ich bin auch ein freund von vanille also die verlassen verlassen das war ja und wir haben ich habe jetzt auch die die aufgabe erledigt ich habe 100 credits bekommen so leute falls ihr auch 100 credits bekommen wollt dann müsst ihr einfach nur hier stufen 15 werden und den rocket pass gekauft haben so einfach oder ja diese raketenspulen gerade im shop gucken wir uns an die schön leute falls ihr euch die aufkaufen wollten denkt dabei dritter kommt dann seid wie alpha bevor du jetzt das video beendet ja sagen dass mir das wunderschönen spaß gemacht hat denn das war mein letztes video für diese woche mit euch beiden denn ab ja bin ich raus das heißt die woche müsst ihr dann ohne mich das werden wir versuchen wir werden dich schmerzlichst vermissen tombstone ich denke mal auch der ganze die alle zuschauer werden die schmerzlichst vermissen ich werde euch auch vermissen die box ja ich hoffe ich hoffe so aber wir nicht vermissen werden morgen ist der alpha und deswegen schaltet auch wieder rein und dann sehen wir uns ja der arme tumbi einmal ich wünsche euch was und tschüss und hier die grüße an meine kanalmitglieder an meine lauten unterstützer vielen dank phoenix vielen dank aksw vielen dank phil und vielen dank tombstone vielen dank für eure unterstützung